Eine Zuschauerin hat in einem der Livestreams einen Kommentar geschrieben und sucht Hilfe. Sie schreibt, ich habe eine generalisierte Angststörung, seit ich 16 bin. Jetzt bin ich 26 zur Zeit. Es ist bei mir wieder extrem stark. Derealisation, Herzstolpern, Luftnot und so weiter. Zudem so ein schweres Gefühl über mir, was kaum auszuhalten ist. Habe so Angst zu sterben. 24-7-Gedankenkarussell. Was kann ich tun? Zunächst finde ich wichtig, dass sich jeder Betroffene professionelle Hilfe holen muss. Da die Wartezeit bei vielen Therapeuten sehr lange ist, macht es natürlich immer Sinn, erst mal zum Hausarzt zu gehen und dort eine erste Abklärung zu machen. Weil auch solche Situationen natürlich aufgrund von organischen Erkrankungen kommen können. Wir haben hier teils starke organische Symptome. Es kann sein, dass eine organische Grunderkrankung vorliegt, die man behandeln kann. Und wenn die dann behandelt ist, dann kann man immer noch schauen, ob eine Therapie dann durch die Krankheit, durch die Erlebnisse antrainierten Konditionierungsmuster, dass man sich darum kümmert oder ob es halt wieder gut ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass aber eine körperliche Krankheit zu diesem Beschwerdebild führt, die ist umgekehrt dann aber auch glücklicherweise sehr gering. Und wir müssen hier unterscheiden, dass es natürlich den Zeitpunkt gibt, wo sich jemand meldet, wo also jemand in Erscheinung tritt und den Zeitpunkt davor. Weil der Zeitpunkt davor ist in der Regel ja die Einflusszeit, die überhaupt die Symptomatik hat entstehen lassen. Es gibt quasi eine Vorgeschichte. Und wir gehen in der Regel immer zu spät zum Arzt, zum Therapeuten, weil unser Kopf uns im Laufe der Vorgeschichte, die ja noch gar nicht die Symptome hochgibt, über die wir dann mehr und mehr Befürchtungen bekommen und dann irgendwann einfach sehr stark in dieser Symptomatik sind. Und ab diesem Zeitpunkt, wo dann die Alarmglocken schrillen, haben wir leider auch nicht den Zeitpunkt, um mal eben eine schnelle Empfehlung, die hilfreich ist, auszusprechen. Wir müssen erst eine Stabilisierung der Situation erzeugen oder vielleicht auch abwarten. Manchmal verlaufen sich Dinge ja wieder ein bisschen, wenn man vielleicht einige Stressoren aus dem Außen herausnehmen kann, damit wir uns dann aufbauend um die Situation entsprechend auch kümmern können. Und was die Zuschauerin aber jetzt eben gerade so erlebt, ist ja genau dieser Zeitpunkt, wo die Symptome einem komplett um die Ohren fliegen, wenn man nicht weiß, wo vorne und hinten ist und es da einfach selber für einen unheimlich schwer ist, die richtigen Ansatzpunkte entsprechend auch zu finden. Um jetzt aber überhaupt einige Ausrichtungen oder Perspektiven für das Handeln in den Raum zu stellen, würde ich erst mal gerade in folgende Richtung gehen. Unser Geist oder unsere mentale Ebene, unsere Psyche, egal wie wir es gerade nennen, arbeitet ja sehr stark auf Wiederholungsmuster. Das bedeutet, die Dinge, die in meinem Kopf immer wieder präsent gewesen sind, ob durch Einfluss von außen oder im Automatikprozess gewachsen oder weil ich vielleicht auch gewissen Impulsen nachgebe, zum Beispiel immer wieder meine Symptome google oder mich immer weiter in irgendwelche Befürchtungsmuster reinsteigere, ohne zum Beispiel Lösungswege zu konkretisieren. Dann werde ich mit der Zeit einen Trainingsstand erreichen, der sich überhaupt nicht mehr gut anfühlt. Konditionierung. Und diese doch komplexeren Konditionierungsstrukturen, die können wir eben nicht mal eben so auflösen. Es braucht aber auch nicht so lange, wie sie entstanden sind. Keine Sorge. Es geht nicht so sehr darum, wie lange brauchst du, um das zu verändern. Es geht darum, wie oft bekommt dein Gehirn andere Impulse. Und neben der Häufigkeit spielt eben sowohl bei der negativen Instandhaltung, dass das in deinem Kopf chronifiziert, wie auch bei der Veränderung das Thema Aufmerksamkeit eine ganz wichtige Rolle. Ich erzähle immer am liebsten das Beispiel, stell dir vor, ein Kind sitzt an der Steckdose und pult da mit dem Messer dran rum. Dann würden wir direkt hingehen und sagen, oh nee, darfst du nicht machen, um Gottes Willen. Macht ja auch Sinn, das Kind schnell aus dieser Gefahrensituation herauszubringen. Nur, das Gehirn eines Säugestiers, also eines kleinen Menschen oder eines großen Menschen oder eines Hundes, funktioniert im Prinzip immer gleich, dass nämlich das Gehirn auf die Wahrnehmung von Aufmerksamkeit reagiert. Das heißt, wenn du dich da hinstellst und laut so, oh, 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 ist vor allen Dingen Aufmerksamkeit. Wenn du dich da hinstellst und sagst, kannst du ruhig weitermachen, weil, ja, Aufmerksamkeit. Kannst du hinstellen und sagen, ich muss dir mal gerade meine Einkaufsliste erzählen. Das ist im Zweifel eben auch Aufmerksamkeit. Und das ist für uns ein wichtiger Punkt, denn je häufiger unsere Aufmerksamkeit auf den unerwünschten Symptomen ist, desto mehr arbeitet sich das Ganze in die Relevanz ein. Und deshalb ist gerade bei der Frage, sind meine Symptome körperlichen Ursprungs oder doch aus der Psyche heraus? Lasst euch immer einmal abklären, ärztlich. Nur dann dürft ihr euch die Frage stellen, wie oft seid ihr mit eurer Aufmerksamkeit bei eurem Problem? Dann werdet ihr ganz schnell herausfinden, dass ihr in dem Sinne, wie die Zuschauerin hier schreibt, 24-7 darauf fokussiert seid. Es ist ein Automatismus. Da kann sich keiner wirklich verschützen, dass es in unserem Leben an verschiedenen Punkten passiert. Ihr dürft aber lernen, mithilfe dieser Videos hier das zunehmend mitzubekommen. Denn darin liegt einerseits die Erklärung, warum Menschen die meisten Probleme erleben, nämlich weil im Prinzip der Kopf die ganze Zeit darauf fokussiert sein kann, wir den Automatismus im Kopf immer weiterlaufen lassen. Und das Thema der Aufmerksamkeit ist damit auch eine mögliche Lösung, weil es in unserem Alltag nicht darum geht, was kannst du machen, damit du als resultatives Ergebnis merkst, deine Aufmerksamkeit liegt nicht mehr auf den negativen Inhalten. Es geht am Anfang, gerade zu Beginn immer nur darum, dass du deine Aufmerksamkeit bewusst von den Problematischen ziehst, auf andere Dinge hinüberlängst. Und dabei geht es darum, ins Machen zu kommen. Wir warten immer, bis wir die richtige Anleitung zu haben glauben, den richtigen Tipp bekommen oder am besten sogar noch ein Medikament nehmen oder uns zum Therapeuten setzen, der das dann für uns erledigt. Du musst lernen, bei den Dingen, wo du eine Konditionierung deines Kopfes erkennst, immer wieder in die Moderation zu gehen. Nö, darum kümmere ich mich nicht. Es geht nicht darum, wie kannst du es abschalten. Es geht darum, dass du anfangen musst, über die nächsten Tage, Wochen vielleicht sogar, am Anfang sehr viel häufiger, nachher immer weniger, aber dich selber dahin zu moderieren, Nö, ich kenne diese Gedanken, ich kenne den Fokus auf diese unangebten Gefühle. Gehe ich jetzt nicht mit? Ich kümmere mich jetzt um was anderes. Worum? Spielt vielleicht nachher eine zunehmend wichtigere Rolle. Dass wir sagen, du brauchst Ziele, du brauchst Projekte, du brauchst Dinge, mit denen du dich beschäftigen kannst und willst. Aber am Anfang hilft euch das nicht unbedingt weiter, um in diese Ansage zu kommen. Achtet aber bitte auch darauf. Nicht einfach pauschal von allem ablenken. Es gibt ja genug Dinge, die immer weiter stören, weil sie noch nicht als Problem angegangen und gelöst sind. Also geht bitte auch hin und stellt euch die beiden Fragen. Kann ich in Bezug auf das, was ich gerade befürchte, jetzt Sicherheit aufbauen oder im weiteren Verlauf mittel- und langfristig Sicherheit aufbauen? Und wenn du etwas hast, wo du was machen kannst, sieh zu, dass du ins Machen kommst. Wenn du etwas hast, wo du weißt, du schlägst da den anderen Weg ein, dann kannst du deinem Kopf immer wieder mitteilen, ich kümmere mich nicht drum. Ich habe meinen Plan, ich habe meinen Weg, den gehe ich. Und jetzt gerade kann ich sowieso nichts machen, also brauche ich ja nichts darüber nachzudenken. Und wenn du eine andere Befürchtung bekommst, komischen Film gesehen, befürchtest jetzt, euch fällt der Mond auf den Kopf oder sowas. Kannst auch nichts gegen machen. Also brauchst du auch nicht darüber nachzudenken. Insofern finde ich auf die Frage von der Zuschauerin Folgendes wichtig. Versuche, mehr und mehr deine eigenen Gedanken wahrzunehmen, dich mit dem Thema der Aufmerksamkeit auseinanderzusetzen und zu überprüfen, ob deine Symptomatik über diesen Wege wahrscheinlich aus der Psyche oder mentalen Ebene herauskommt und übergangsweise wirklich auf einem extremen Teilsniveau mit dem Aufmerksamkeitsentzug zu arbeiten. Wenn du dann eine Basis hast, mit etwas Stabilität einher geht, auf jeden Fall das Thema beim Therapeuten weiter bearbeiten. Wege Wirlike